dann gucken wir jetzt noch mal eine autoschrottflinte nein die bleibt hier präzisionsgewehr bleibt auch hier maschinenpistole und china wie dann machst du heute noch so nicht mehr lange wie sitzen bei dir am mittwoch aus china am mittwoch oder am donnerstag und Okay. Das war's für heute. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir müssen nach Lila Bestätigen Lila Wee 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 Ja, eigentlich will ich die Alpakas alle nicht töten, weil die mir Alpaka-Wolle bringen. Und die Wolle brauche ich. Und die Wolle 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 willst mir grad ein bisschen verarschen spiel ich sag granit abbauen und dann passiert nix da kann ich es ja gerade lassen die ganzen astroiden abzubauen alles naja dann starten wir das spiel kurz mal neu so 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 So. 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 So.